Guck mal hier, das hier, das hier ist ne Axt, das hier ist ne Pickaxe, das hier ist ne Schaufel und das hier ist ein Schwert. Guck mal, das hier ist der Crafting, ist der Crafting-Table. Ach ja, stimmt, das ist ja ein Ohr, ach ja. Ja, Bett oder Stein, kommt aber als Schallplatte raus. Ich glaube, das ist ein normales Schwein. Eee, wie schnell ist das? Das ist keine normale Schwein-Papa-Platte. Hier zieht ein Sturm auf, hier zieht ein Sturm auf. Wir spielen heute zusammen Cursed Minecraft, übertrieben ekelig, also wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Ja, mit dabei ist heute Papa-Platte, saugeil. Wir haben hier ne Menge Steve-Köpfe, Steve-Schafe. Ich hab einfach grad Schaden bekommen, von wem? Ich kann auch Schaden die ganze Zeit. Weil wir... Oh mein Gott, ich weiß es, ich weiß es, warte mal. Das hat einen guten Grund, das hat einen guten Grund. Du musst die Sache mit der richtigen Dings abbauen, sonst kriegst du Schaden. Du darfst Holz nur mit Hacke abbauen, mit Axt. Ja, aber wir haben... Wie sollen wir's machen? Mit Holz abbauen. Warte, ich baue, ich baue... Alter, Remi zieht die Knallhaut durch. Ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Digga, give me. Digga, give me, man. Okay, nice, nice, nice. Okay, pass auf, Jungs. Jetzt crafte ich uns was, aber... Ja, mach ne Axt, mach ne Axt. Der Abfuck ist... Ich hab nicht genug Holz, ich brauche nochmal, ich brauche nochmal Holz. Du stirbst doch, oder? Wenn du Holz machst. Ich hab einen Hut geschlagen und bin gestorben. What the fuck, Alter. Okay, jetzt das Cursed Pack reinmachen. Ja, mach ich nur. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alter, Leute. Jetzt geht der Kopfweg richtig los. Bro, guck mal, das hier ist der Crafting-Table. Ach ja, stimmt. Ach ja, ich dachte, wieso hast du einen Ofen gemacht? Junge, 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 okay. Erstmal Auto-Jump-Off. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, Jungs, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Guck dir dieses hässliche Huhn an, Alter. Guck es dir an. Lappen, Danny. Schau mal hier. Ja, schack das nicht, schack das nicht, dann kriegst du Damage. Hä? Kriegst du Damage? Nö. Ich hab Essen bekommen. Ich hab das auf Koden geschlagen, dann kriegt man Damage. Oh, das ist krass. Okay, warte mal, Revi, kannst du uns kurz eine Hacke machen? Ich hab nicht genug, okay, ich zieh durch. Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Oh mein Gott, wild, wild. Was haben wir jetzt? Digga, ist ein Holzblock, ein Blatt? Lappen, Danny, möchtest du eine Axt haben? Ja, bitte. Hier, bitte. Oh nein. Das ist wirklich eine Axt. Oh mein Gott, ist das dumm. Was ist das für ein roter Klotz hinten? Oh, oh. Digga, ist das behindert, Alter. Hä? Was ist das für ein roter Klotz? Okay, wir müssen, äh, Dings, wir müssen auch Schwerter machen, damit wir, oh mein Gott, alle, alle Sachen sind ja hier komplett vertauscht. Ganz kurz, gib mal ins Inventar, warum ist da Obama beim Kopf? Ist das wirklich so, warum ist das? Bruder, das ist so dumm. Bist du gestorben? Okay, komm mal, Lappen, Danny. Schau mal hier, das hier, das hier ist eine Axt. Das hier ist eine Pickaxe. Das hier ist eine Schaufel. Und das hier ist ein Schwert. Ganz kurz, brauchen wir auch eine Schaufel, damit wir Erde abbauen? Ja, ja, safe, natürlich, klar. Also Schaufel ist jetzt das hier. Oh mein Gott. Okay, warte, ich baue hier auf. Zum Glück kommt da Obsidian raus, wenn ich den Boden abbaue. Das passt. Dope AF, Bro. Dope AF, Mann. What the fuck? Okay, warte, das ist eine Schaufel, ne? Okay. Digga, das ist so dumm. Man kann ja nicht mal runterbuddeln. Man kann ja nicht... Das ist todesdumm. Das ist Obsidian. Was ist Obsidian? Ach nee, Stein ist Obsidian. Das ist Dirt, ne? Dafür brauchst du eine Pickaxe. Nee, das... Oh mein Gott, ich stehe hier. Achso. Ja, machen wir Pickaxe? Ey, ich sehe gar nicht durch, Junge. Ja, wir müssen ein Dorf suchen, ne? Das ist unsere erste Aufgabe, I guess. Welche Version spielen wir? 1,12? 1,12, ja. Gibt es hier die Schiffe? Ähm, weiß ich nicht. Für Kart oder was meinst du? Naja, also, wie spielen wir Minecraft durch? Was ist die Strat? Mir ist total egal. Also, eigentlich ja... No shit. Hey, ist das Dirt, was ich bekommen habe? Ja, klar. Was machst du? Hier, Bedrock ist Stein einfach. Hä? Oh mein Gott. Digga, wie dumm. Hey, ich kriege keinen Stein. Digga, guckst euch mal den Himmel an. Habt ihr euch den Himmel angeguckt? Warum ist da alles so... Nein, Digga. Oh mein Gott, Tornado. Wo ist Tornado? Was für Tornado? Ja, es gibt jetzt Tornados. Ah ja, es gibt Tornados, ja. Geil. So ganz casual. Ah ja, es gibt jetzt Tornados. Oh shit. Oh mein Gott, Bruder. Oh shit, was macht der? Muss ich ausweichen? Hä, ich kicke, ich kriege keine Steine. Ist das Stein? Das ist hier irgendwas. Cobblestone? Was zum Fick, Alter? Das ist ein Tod. Ich habe ihn gekillt? Ich bin aber auch... Flying is not enabled on the server. Ich bin wieder gekickt worden. Ey, ist das schrecklich, Alter. Ey, mein Kopf kriegt richtig Schmerzen, ne? Hab ich schon immer. Wo bist du jetzt gerade? Digga, ich hole mir mal ganz kurz Stein-Tools, ja? Ach, Digga, ich habe da 14 Buttons gemacht. Ich vollidiot. Okay, Stone Pickaxe. Oh mein Gott, so lost. Ist da. Stone Schaufel. Nein, fuck, Alter. Das Fick zu meinem Kopf. Schon Stau, Schaufel. Und Steinachs brauche ich noch. Okay. Ja, Digga, ich bin... Machst du gerade alles aus Stein, oder was? Ja, ja, ist wirklich. Oh, pass auf, pass auf. Da kommt ein Skelett, was auf einem Steve... Oh, hier ist die Steve-Spinner. Ah! Ah! Okay, lass mir abhauen. Okay, ich habe Schmerz ausgerustet. Wie schnell ist die? Alter, das ist echt eklig, Mann. Du siehst da noch ein Creeper-Spinner. Ist das wirklich ein Creeper oder eine Spinne? Ah, ich habe noch ein Herz. Oh, nein. Au. Nein! Tobi, hast du Spawnpoint da gesetzt? Oder kannst du mich LCPen? Wait, der hat eine Blazer hat gedro... Ah, nee, ist ein Bone. Oh, der Spawnpoint ist auch immer hier. Wo sind meine Sachen? Ich habe eine Wooden-Ecks. Gebt meine Sachen. Wir haben meine ganzen Sachen. Hey, jemand hat meine Sachen gestohlen. Latten-Daddy. Was denn? Wo ist meine Sachen? Ach, fuck. Scheiß, Creeper. Bro, das ist so dumm. Wir sterben die ganze Zeit, holy shit. Hier ist ein Skelett, da schießt es. Steinschwert, schwirrt. Was hat das... Oh, okay, Jungs, 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 Jungs. Wir müssen hier weg und ein Dorf suchen, richtig? Ja. Wir bauen safe ein Dorf, glaube ich, damit wir manche es durchspielen können. Was hat das Skelett geschaffen? Alter, ich weiß es nicht. Der schießt Lederrüstung. Lass uns ein bisschen schabbeln, Jungs. Ah, hier ist ein Blöcke, hier ist ein Blöcke. Ich gehe tot. Nein, guck mal, in der 1.14 machst du es so mit diesen Sticks. Geht doch hier auch. Geht das hier? Glaub schon. Glaube nicht. Ich glaube, wir müssen Enderman töten, actually. Oder über Weizen mit einem Trader. Also mit diesem Fahrmann. Oh, nein, hier ist ein Flugdinger, Achtung. Hier ist ein Enderman, Bro. Ey, Lapp, Danny, wir schaffen das ja niemals. Ey, das ist impossible, Bro. Bro, nein, 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 nein. Wir hatten Speedrun, das ist ja eh unmöglich, Alter. Digga, ich schwör's dir, wenn du hier Speedrun schaffst, 10er. 10er für Speedrun. Eigentlich gutes Angebot. Okay, okay, warte, ich bin hier bei Tobi. Okay, nein. Wo bist du? Lass uns auf den Berg hochgehen, lass uns auf den Berg hochgehen. Ja, nee, lass mal, komm mal mit hier lang durch den Wald, komm mal mit hier lang durch den Wald, würde ich sagen. Wo bist du, Revi? Die Sonne ist Obama. Ja, ja, das... Wo ist die Sonne? Hier, im Himmel. Nein. Ey, Tobi, welcher Schwierigkeit ist der Server? Man kriegt ja ultra schnell Hunger. Äh, ich weiß gar nicht, ich hab den nicht eingestellt. Warte, 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 oh nein. Hier kommt Redstone, was ist jetzt Redstone? Ich hab ein Dia. Ja, okay, Joost, Joost, lass uns ein bisschen travelen und äh... Hier, hier lang. Und wir brauchen unbedingt Eisen, wir brauchen wir wieder an Eisen, komm. Digga, ich weiß gar nicht, wie Eisen hier aussieht. Ey, Tobi, das ist zu insane, wir kriegen viel zu schnell Hunger, ne? Enderdrachen hat auch auf, auf, auf hart hat der Enderdrachen über viel Leben. Okay, ich fahre jetzt noch was zu essen, ja? Und dann suchen wir Village. Ja, lass doch einfach Essen fahren. Hier wollen wir alle Richtung Westen laufen, Joost? Wo ist Westen? Ah, ja, ich bin hinter dir. Also, wir wollen nicht alle gleich laufen, aber dass wir alle ungefähr in die gleiche Richtung laufen. Digga, ich hab grad Gold bekommen, das war ein einfach Feder. Wo steht denn hier Westen? Warte mal, da ist ein neuer Block, was ist das? Hallo? Hier ist das Emerald. Ist das Eisen? Alter, das ist so eklig, oder? Diorite. Das ist mein Kopfbring. Ey, Jungs, wir dürfen nicht vergessen, dass hier Tornaros kommen können auf einmal, ne? Das ist so dumm, das ist so stupid. Ist das hier Kohle, oder was, oder was ist das hier? Ich glaube schon. Das, äh, Bruder, ich seh gar nicht durch. Also, Bedrock ist Stein, oder? Ja, Bedrock ist Stein, kommt aber als Schallplatte raus. Junge, was ist der Fick, Alter? Ich hab, ich hab, ich hab, ich wollt grad hier in den Ofen was reinmachen, ist aber einfach kein Ofen, sondern ein Crafting Table. Ach, stimmt. Ich hab, glaub ich, genug, ich baue einen Ofen, ich baue einen Ofen. Ofen ist Crafting Table, hier. Äh, achso. Das ist ein Ofen. Ja, ja, okay, ja, verstehe. Okay, warte, ich brenne mal um hier mein Essen. Okay, noch ein Checken rein. Ja, oder so. Hier ist ultra viel Kohle, lass dir mal, lass dir mal alles grabben. Wir werden ja hier niemals, wenn wir irgendwas, äh, schwarze Wolken, heißen. Digga, ich hasse es so, dass dieser Obama mich so von oben anguckt, ne? Hä, wieso? Mach doch. Bruder, lass ihn doch. Ich geh mal hier vorne noch ein bisschen, ich geh mal hier vorne was essen fahren. Hier vorne ist noch Kür. Kür weiß ich jetzt schon wieder aus, denn ich bin richtig, äh, Fivehead in diesem Game. Warum sind Sticks Weizen? Ja, warte, 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 warte. Warte, rein, rein in die Olga, sagst du? Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, das flug. Aber nun ist, ist Lava, ja, ja, genau. Digga, schaffst du's? Ja. Okay, mit drin. Okay, aber wir haben... Das sind 200 Creeper, die sind so blau. Oh, die blauen sind... Und Larpis, was ist das? Die blauen Creeper sind... Larpis ist, glaub ich, äh, Dings Eisen. Ah, ja, glaub ich, aber ich weiß nicht. Okay, Mom. Oh, Digga, die blauen Creeper, die sind... Oh, shit. Warte mal, ich brauch erstmal... Ach, der kommt noch mal nach. Hier zieht ein Sturm auf. Hier zieht ein Sturm auf. Ey, Junge, ich hab... Ey, hier oben zieht ein Sturm auf. Waaah! Digga, da sind so viele Köpfe, Alter. Oh, der sammelt sich. Komm, wir gehen da hin. Sau dumm. Der sammelt sich. Der kennt die Tornadojäger. Die fahren mit Autorub und fahren mit Tornado. Kennt ihr diese Leute, die da so ganz nah an so'n... An so'n Vulkan und so rangehen? Ja, an so'n Tornado ranfahren und so. So nah wie möglich, um das so zu filmen. Dichtig low, Alter. Okay, guck, der Sturm zieht da hin. Ey, hat jemand ein bisschen Holz für mich? Ich brauch' ein bisschen Holz. Was machen wir, Jungs? Wir müssen... Lass'n Village finden. Wir jagen einen Tornado. Denn das Tornado ziehen uns zur Village. Achso, da regnen jetzt Blöcke und die geben Schaden manchmal. Weil der Blöcke nach oben zieht. Aua! Wir haben einen Stein abbekommen, Junge. Besser ist. Digga, jetzt aber ein Auge. Oh, hier ist ein Ozean. Lass uns mal... Okay, lass uns mal Boote machen, ja? Hä, warum schickst du da die Kiste? Das sind einfach die... Das sind einfach die... Das sind einfach die Quallen. Ja, Alter. Die quallen wahrscheinlich, oder? Boah, ist das Kotze, Alter. Ganz richtig. Hier an der Stelle. Bruder, es ist so laut, Alter. Richtiger Staubsauger, oder? Junge, Junge. Ist das Eisen? Ist das Dauereisen? Nee, nee, lass, lass. Ey, Jungs, könnt ihr zu mir kommen, hier? Dass wir hier kurz erstmal uns sammeln? Ey, Emirates soll ein Kuder sein. Wurde mir gesagt, oder? Hat jemand Emirates? Warte mal, ich war nicht. Ha, 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 ha. Da drüben, Bruder. Kurz Schlagernfall von diesem Game bekommen. Aua. Ha, ha, ha. Oh, ja, ich hab Kohle. Warte, warte, warte. Ich brenne nämlich jetzt 32 Fleisch. Genau. Barbar. Ich sag immer Barbar. Barbar. Ich hab so'n Anfall. Hier ist ein Steffel. Junge, das sind Noten. Ja, wie ein Dieb. Ja, wie ein Dieb. Wollen wir den kurz hinrichten? Vor einem zweiten Ofen. Ach ja, ich hab... Ach so. Oh Gott, was hab ich mir denn hier gemacht? Okay, ich bin wieder da, Jungs. Ey, dieser Staubsauger über uns, Alter. Kennt ihr auf Twitter? Staubsauger, dick. Ey, Lachen, Daddy, Digga. Mir wird richtig schlecht hier drin, ne? Ja, also wir müssen einfach so viel Eisen fahren wie möglich jetzt erstmal. Ja, safe. Das ist der Plan. Und dann machen wir uns Rüstung, machen wir uns Schwerter, machen wir uns Eisenpicke. Gehen vielleicht... Oh, Junge. Was geht denn hier? Hier sind echt eklige Monster, Bruder. Nicht, dass wir hops gehen. Ich hab Goldohr gefunden. Warte mal, könnte Goldohr Diamond sein? Redstone. Kann jemand kurz ein Crafty-Taste stellen? Was? Warte, ich hab noch. Ich hab noch. Ich kann machen. Ist mir noch aufgerissen. Okay, nice. An welcher Höhe bin ich denn hier? Auf 13, auf 12. Ich siede den Namen, Alter. Ja, wie soll man denn hier strip minen, Alter? Geht das? Nee, ne? Nee, strip minen geht nicht. Wie willst du das machen? Okay, dann cheaten wir uns einfach 100 Diamanten. Perfekt, Tobi. Okay, das ist echt weird, Bro. Kurze Frage, Tobi, kannst du deine Schnürsenkel pinnen? Ja. Gar nicht. Okay, weißt du, was ein Big World Tee ist? Ja, weiß ich. Okay, gut, safe. Nicht behindert. Du hast dir kurz den Daddy-Check gemacht. Ey, Digga, Full Diamond zu gehen ist unmöglich, Alter. Ich hab jetzt gerade hier... Wir meinen, dass Redstone ein Deer ist, aber Redstone war doch irgendwas anderes, glaube ich, oder? Nee, nee, nee. Redstone ist irgendwas anderes, aber Kohle ist, glaube ich, Deers. Redstone ist Gold, glaube ich. Ja, Redstone ist Gold. Redstone ist Diamond! Redstone ist Diamond. Echt? Hä? Ja. Redstone ist Diamond, 100%ig. Hey, Revi, guck mal. Redstone ist Diamond, aber guck mal, ich dropp dir mal Redstone, Revi. Ich hab sie gedroppt, das ist weg. Was war treuig nochmal? Ich find's actually geil, auf Nade. Ich find, meines sollte immer so sein. Hast du bekommen hinter dir? Ich glaube, das ist ein normales Schwein. Ey, wie schnell ist das? Das ist kein normales Schwein, Papa-Platte. Doch, Bro, safe. Sag einfach bitte, Kevin. Danke. Nein, Papa-Platte. Wo seid ihr gerade? Okay, Revi, seid. Kevin, das ist doch kein Schwein. Ach so, ja. Das ist ein Cursed Mob. Das ist ein Cursed Mob. Ihh, wer ist er, Bruder? Ihh. Maybe ich bin mir nicht zusammengelegt. Das ist ein Eisengolem einfach. Nein, das ist doch kein Golem, oder? Das soll ein Eisengolem sein, doch, denk ich schon. Guck mal, der greift sich doch nicht an direkt. Aber das ist ja Ender-Golem. Ja, Ender-Golem hab ich ja eben getötet. Das war ja Ender-Golem. Ah, das ist... Ah! Oh, verfolgt mich. Juge. Das ist echt eklig, Mann. Das ist der gruselig. Der, der die trifft, der war gar nicht. Da, lass, mach dich weg. Ja, schön, schön, schön. Lauf weg, weiter. Tobi, das ist gut. Wie ging das? Oh, Bruder, mich kribbelst überall. Das ist so eklig. Ah, ich hab noch einen, Bruder. Mich kribbelst überall, sagt er. Bruder, das ist wie so eine Creepypasta von Minecraft. Ah, Tobi! Lauf! Creepypasta. Digga, was? Latte! Latte, Hilfe! Ich schlafe mal. Latte, Hilfe! Er hat zwei Hits von mir. Drei Hits. Der stirbt nicht. Digga, hau weg. Das ist halt ein Ender-Golem. Oh, ich hab die, ich hab die, ich hab die nicht. Nice, 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 nice. Takk.